Danke, dass es dich gibt und dass du gemeinsam mit mir in dieser interessanten Zeit hier auf dieser Erde bist. Ich bin in meinem Glück. Ich bin in meiner Gesundheit. Ich bin in meiner Kraft. Und ich weiß, dass ich diesen Zustand halten kann, wenn ich meinen Willen dazu nutze, immer wieder Gefühle von Vertrauen, von Liebe und von Güte in mir und in meinem Körper zu erzeugen. Mein größter Wunsch ist es, dass du dasselbe auch von dir sagen kannst. Und mich auf deine ganz persönliche Weise dabei unterstützt, meine Vision einer integrativen Medizin wahrzumachen. Du findest mehr dazu im Studiennetzwerk für integrative Medizin auf findewissen.de Danke.